Er ist zu kurz, tut mir leid. So, Mann, verdrückt. So, aber Blaze ist gar kein Tank, ne? Ja, ist mehr ein Bruiser, ne? Finde ich auch. Nein, ach man, ich sag's nicht. Okay, Camp, wir müssen Camp machen. Oh, geht wirklich nicht. Okay, ich komm in die Mitte noch mit. Hanna, kannst du zum Camp gehen? Kann ich. Ist ja vielleicht ganz cool. Ich halte dich am Leben. Ihr habt euch als nützlich erwiesen. Oh, komm mal. Camp genutzt, um dich hochzuheilen. Na, war er wieder zu kurz? Drücke aus. Ja, bis Level 13. Dann hast'n langen, ne? Aber dünn. Kick dat Viagra. Klink das mal in Mitte drücken. Aber ich drücke weiter. Feindkontakt. Du wirst es nicht beräumt. Oh. Unsere Speer berichten, dass die Allianz einige unserer Krieger in Ketten hält. sind. Ihr müsst sie befreien. Ich habe dich. mit dem einst. Ich habe dich. Ich bin auf dem Weg. Wenn wir das einst. ich wollte gerade sagen die waller versucht mich jetzt zu plantieren schön runden hinten kommen wir gehen aber zum camp ich habe sie im visier erwartet ihr dank dafür dass ihr eure pflicht erfüllt die interessieren sich hier gar nicht für das objektiv oder wollen wir das objektiv nicht nee erst mit zehn ein pflicht ich nehme sie aus com jackliff erst mit zehn warum vorher kannst du ja die lanes machen und camp holen immer ja 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 Falsch gezielt. Aber läuft eigentlich ganz gut? Wir brauchen Bot ein bisschen EP eigentlich, aber... Ach, shit man. Spann ich zu dicht an Asmo. Die sollten abgeben vielleicht? Ja, noch haben sie ja nichts gemacht in Anführungszeichen, ne? Pah, die Waller, ne? Na, da muss aufpassen, der Keltusat kann das mit Mann ketten, das ist echt... Flieht! Schirr mich! Erwartet ihr Dank dafür, dass ihr eure Pflicht erfüllt! Stellt euch auf die Kavallerie der Allianz ein! Mit Keltusat dürfen wir auf jeden Fall nicht so dicht beieinander stehen. Alles klar! Gegner verkümmert! Alles gut! Noch weiter jetzt! Oh, ich hab nicht gedacht, dass du den noch kriegst! Nicht denken, handeln! Ja, kaputt machen, ne? Nicht denken, einfach kaputt machen! Einfach machen! Oh, ich liebe diesen Sunny! Da musst du unten Hilfe, ich komme auf! Ja! Da musst du unten Hilfe, ich komme auf! Unser Camp! Unser Camp! Sehr gute Idee! Ah doch, ich kann vielleicht Keltusat fressen auf der Toplane! Okay! Ich darf nicht fallen! Ich nehme sie auf, komm! Ja, ich hab ihn nicht gefressen! Alles klar! Ich fühle manchmal immer noch diesen Rausch! Wir müssen gebrauchen! Joaah! Euer Gegner hat ein Vorzerstorz! Mann, Level ist das. 11 ist zu kurz. Scheiße. No! 9 mm beiseite gest... ...drückt. Und die Waller mal ran. Holt sie aus dem Käfig und schickt sie wieder aufs Schlachtfisch. Jetzt. Schiebt ihr raus. Oh Gott, wir waren zu lange drunter. Ihr habt euch als nützlich, Herr Wies. Naja, okay, mit 13 laufen die Fels auch anders. Dann können wir noch defensiver bleiben. Wenn nicht was so gefressigt ist, dann rannen wir alle weg, kühlen das und dann... Was? Was hat denn die Kette für ne Reichweite, Alter? Das waren ja... keine Ahnung. Da hab ich nicht mit gerechnet, also wie weit geht denn die Kette von dem? Wollen wir doch, die wird was kürzer. Oh, kaputt machen. Ja, das... Kann nicht sein. Mit seiner Ketten-Kombo macht er mich sofort. Und bürstet der mich weg. Ich hab Mafia-13. Ich brauch 13. Ja, jetzt zieh da. Ja. Oh, ich hab Keltusert. Okay, wir sollten raus, glaub ich. Ja, ich komm nicht raus. Das gibt es nicht, Mann. Und was fressen? Machen wir jetzt. Wir haben unten übrigens ein Boss, der, ne? Ja. Reindrückt. War gut. Instructor regelt das hoffentlich. Oh ja, der war schön. Okay. Noch hergang? Ja, auf jeden Fall. Eure Festung ist nicht mehr. Die Allianz hat die Kontrolle über unser Gefängnis erlangt. Ihre Kavallerie wird sich bald auf uns stürzen. Feuer frei. Wir müssen raus. Oh, das war wohl persönlich. Ich brauch immer den Mana. Lass mal Defense... Also ja, save Deffen. Ich gerne. Ich nehm sie auf Kaum. Oh, Bitches, ey. Ist doch nicht euer Ernst, ey. Oh, zu dritt kam die rum. Was ist unfair? Haben die auch wieder getreten? Ne, geschubst war das, ne? Schubsen tun die manchmal. Ich kämpfen, Leute. Was da? Was macht ihr? Weg. Auf den Weg. Das Opfer unserer Kavallerie war nicht umsonst. Die fast, was es sich gelieven hat. Oh, schade. Der war ein bisschen früh, aber egal. Und hier, boss, boss, boss. Ja, dabei. Ich wusste, ihr würdet Hilfe benötigen. Verstanden. Ja, da sind alle da. Zolle. 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 Ihr habt euch als nützlich erwiesen. Einmal in der Mitte. Ja, definitiv vielleicht. Ja, definitiv vielleicht. Das haben wir eben können laufen. Ja, lass, lass kämpfen. Die Allianz nimmt noch mehr Gefangene. Zeigt ihnen, dass man Orks nicht lange einsperren kann. Bestätigt. Geht mal gut. Okay, jetzt brauchen wir mal ein gutes Objective, ansonsten... Ja, nicht reingehen. Wartet, geht weg, geht weg, geht weg. Ich probier was zu hooken und das killen wir dann. Wartet, 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 wartet. Und jetzt, warte, 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 warte. Das ist gut. Erst überleben. Das ist KT. Das ist KT. Oh, ich bin nicht geschlau. Boah, ich bin nicht geschlau. Boah, da kann ich nicht... Kann ich nicht gegen heilen, ne? Das ist echt so heftig, ne? Gut, wir sind in, äh, 30 Sekunden da und dann müssen wir drauf. Ey! Ja, kommt mal raus. Wir sind noch zu dritt. Dann gehen wir gleich gemeinsam hin. Bestätigt. Okay, kleiner. Geht... 20 Sekunden. Krass. Ja. Ich versorge dich. Halt du das. Geht zum mal zum Objective. Ah, nicht. Klassikieren wir nicht mehr. Lass sie da töten. Ich sehe, du bist hier meine Meinung doch auch im Auge. Unser Gefängnis ist an die Allianz gefallen. Macht euch bereit, ihrer Kavallerie zu begegnen. Oh, wir müssen raus. Den Fusack liegt hier. Es gibt Woller. Oh, schön. Wollast da und gut, dass es entsorgt wurde. Aber unser Imperius auch. Ich glaube, das ist für uns besser als für die. Ich glaube, Imperius fehlt uns nicht so sehr wie den, weil er... Ja, wobei der Keltus satt, glaube ich, so, der... Eure Zitadelle wird angegriffen. Eure Zitadelle ist so schön. 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 Oh, wie knapp. Ey, so schade, dass wir den Blazmus gekriegt haben. Ich weiß gar nicht, warum ihr da kämpft und statt hier diese. Verteil ich die Zitadelle. Nur unsere Kavallerie aufzuhalten genügt richtig, um diesen Krieg zu gewinnen. Rennzahl. 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 Bestimmt. V3 in die dunkle Leere. Sturmlanzen Abschaum. In meiner Burg tötet sie alle. Ihr Geist wacht, Eure. Eure Zitadelle. Eure Zitadelle. Mado Klieg. Eure kanda Wollen wir zum Boss gehen, oder versonstensge Sega? Eure Zitadelle, Mado Klieg. unsere gefangenen krieger wurden endlich aufgespürt wir müssen los alles kaputt machen wenn ich ein boss könnte knapp werden oder objective aktiv doch die verteidigung vor macht der boss vielleicht dann nach oben auch noch ein boss oder so das wird auch nicht mehr ob die wohl nach oben gehen knapp mit dem mittel ich wollte gerade an der wala war gerade oben ich weiß nicht was die machen ja los zum boss und zum boss machen immer so ich gehe mal hin vielleicht kann ich ja was gucken nur ich glaube die war das nach unten gegangen ich wurde gesehen auf jeden fall mit einer objective angreifend ja hemmt noch machen könnte noch gut na Talcass ist schon dran der muss auf jeden fall gleich erstmal zurück der Talcass 30 sekunden müssen rein sie alde balla ist oben naja und die von gehenna ist da ist richtig gut nicht zu die nicht zu die nicht zu die nicht zu die mich sterben der geist wacht über gleich habe ich ihn unser gefängnis ist gefallert Achtung, 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 jetzt kommen sie raus, da ist Anduin. Schönes Ding, schönes Ding. Und jetzt deathen wir einfach. Ich habe mich geblieben. Wart einfach, bis Anduin seine Ulti drückt, um alle zu safen, dann fresse ich ihn und alle anderen. Nur so, dass ihr Bescheid wisst. Dann wird einmal weit der Mund aufgemacht. Genau. Ja, das ist ein Moment, wenn wir alles nicht haben. Wir müssen hier schnell, wir müssen schneller topdiffen. A kill to sod hinter mir her. Ihr versucht, den General der Frostwolf-Armee aus seiner Burg zu locken? Wie lächerlich! Wir lassen nicht ab! Wir stehlen immer wieder auf! Ich probiere mal weiter zu fressen. Er hat sich unten wicken lassen. Ich probiere mal was zu gucken. Genau so macht man das. Ich möchte mal nur mal so auf das Protokoll festhalten. Also ich finde zwar spannende Spiele ganz geil, aber wir reiten das manchmal doch sehr aus. Nein, ich wurde getötet, richtig fix, Alter, was war das denn? Ja, ich hab' die Spiele nicht, weil ich so auch so. Mach' der Kildschuss hat, ist äh... Befreit sie, damit sie wieder für uns kämpfen. Scheiße, ich hab' ich auch! Ich liebe diesen Satt! Toro, hol' mich raus! Scheiße! Weck, weg, 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 weg! Die probieren bestimmt zu beenden jetzt. Aber es könnte ja halten, der Bus hat noch Panzer um 20. Und der kämpft ja ordentlich mit. Der hat Wallaküren jetzt nicht. Ihr müsst auf jeden Fall, ihr dürft nicht sterben. Wir haben das gemacht, ihr dürft nicht sterben. Wir müssen so angreifen. Oh, was? Aber war gut. Es war noch gut gefeiert bis zum letzten Mann. Ja, nochmal alles rausgedrückt an Helium, was ging, aber... Schade. Ich hoffe wirklich, dass wir uns wiedersehen. Schade. Ja, schade. Oh, nur minus 183, sehr gut. Das Spiel gönnt ja richtig, wa? Drei Wins und zwei Losers. Ist okay. Ja. Man kann nicht immer gewinnen. Boah, krass. Halb zwei ist schon. Na dann, ich wünsche euch was. Jo. Ja.